So Leute, Season 9 beginnt am Mittwoch schon. Nicht am Donnerstag, sondern am Mittwoch. Es kommt sehr unerwartet. Season 9 wird verlängern wegen der WM, die im Juli stattfindet. Ich werde diesmal, dieses Mal werde ich auf Kacke hauen. Ich werde den Battle Pass durchsuchen, auf jeden Fall, wie immer. Aber diesmal in einem etwas schnelleren Tempo. Nicht mehr bei Woche 8, 100 erreichen, sondern vielleicht bei 7 oder 6. Je nachdem. Ich weiß, ich habe so einen Terminkalender, da weiß ich immer, wann ich welche Games holen will oder möchte oder so. Und in diesem Zeitraum ist noch gar nichts geplant, von daher, alles offen. Alles dafür offen. Und jetzt, gute Nacht. Ich bin happy. Auf jeden Fall wird Season 9 Für mich. Für mich wird das gut. Weil ich dann durchziehe. Ich ziehe durch.